Ja, was sage ich jetzt? Eigentlich das Einzige, was mir einfällt, ist, dass ich super dankbar bin für die Zeit, die ich hier verbracht habe. Und da kann ich nur Danke sagen an die Mannschaft, die Trainer, das Team und natürlich an euch. Ja, ihr seid unglaublich. Ja, ich kann eigentlich nur sagen, ich habe mich hier in Kiel unglaublich wohl gefühlt und ja, vielen, vielen Dank. Tschüss. Ja, hallo. Ich wollte auch nochmal vielen, vielen Dank sagen. Es war eine Ehre und ein sehr großer Traum, hier mal gespielt zu haben. Und nächste Saison sehen wir uns wieder. Ja, moin auch erstmal von mir hier in die Runde. Ja, ich kann nur sagen, Dankeschön für das Jahr, für das entgegengebrachte Vertrauen von der Führungsliege, von der Mannschaft, dass ihr mich mit offenen Armen empfangen habt. Und auch an euch, dass ihr mich hier so empfangen habt, mich immer nach vorne gepusht habt, wenn ich gespielt habe. Dankeschön. Und natürlich möchte ich mich auch bei meinen Eltern bedanken, ohne dass das Ganze hier nicht möglich gewesen wäre. Dankeschön. Applaus